Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur Lehrveranstaltung Grundlagen der Informatik. In diesem Video geht es um Algorithmen. Also ein Algorithmus ist ja eine Vorschrift zur Lösung einer Klasse von Problemen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es verschiedene Algorithmen gibt, die das gleiche Problem lösen. Die Frage ist dann, wie bewertet und vergleicht man eigentlich diese beiden Lösungen? Wie kann man feststellen, welcher der Algorithmen, die ein Problem lösen, besser ist eigentlich? Das Ganze ist ein sehr mathematisches Thema eigentlich, das in der Komplexitätstheorie behandelt wird. Hier in diesem Video wollen wir es aber ein bisschen pragmatischer angehen. Wir starten also zunächst einmal mit einem sehr konkreten Problem. Das Problem ist, dass wir hier 20 Kugeln gegeben haben, die alle absolut gleich aussehen. 19 von diesen Kugeln wiegen genau 10 Gramm und eine Kugel wiegt 11 Gramm. Und wir wollen jetzt aus diesen 20 Kugeln die Kugel herausfinden, die eben gerade 11 Gramm wiegt. Und dazu können wir eine Waage verwenden, die auf 1 Gramm genau messen kann. Und das Problem lösen wollen hier Olli und Susi. Und zwar jeder auf seine Weise. Zunächst startet mal Olli. Wir schauen uns mal an, welche Lösung Olli entwickelt hat. Olli hat einen Algorithmus entwickelt, der hier mal in einem Programmablaufplan dargestellt ist. Also zunächst einmal soll eine Kugel zufällig gewählt werden und diese dann auf die Waage gelegt werden und gewogen werden. Wenn das Gewicht 11 Gramm ist, dann hat Olli die Kugel gefunden und kann diese ausgeben. Wenn nicht, wird diese Kugel verworfen und dann wird wieder weitergemacht. Aus den verbliebenen Kugeln wird eine Kugel zufällig ausgewählt, die wieder gewogen und geschaut, ob die 11 Gramm wiegt oder nicht. Und das Ganze läuft dann praktisch wie folgt ab. Wir haben hier also unsere Waage. Jetzt suchen wir uns aus den Kugeln zufällig eine raus, legen die auf die Waage und messen 10 Gramm. Das ist also nicht die gesuchte Kugel, die verwerfen wir. Wir nehmen die nächste Kugel. Diese Kugel wiegt auch 10 Gramm. Die verwerfen wir. Und nach 17 weiteren Wiegungen ist die Situation wie folgt. Olli hat die vorletzte Kugel auf die Waage gelegt. Die wiegt auch 10 Gramm. Und das heißt, die verbliebene Kugel ist also gerade die, die 11 Gramm wiegt. Okay, Olli hat hier ein bisschen Pech gehabt. Schauen wir uns aber mal an, wie gut Ollis Lösung eigentlich ist. Der beste Fall wäre also gewesen, dass Olli beim ersten Versuch zufällig die richtige Kugel schon genommen hätte. Das heißt, im besten Fall, unabhängig von der Anzahl aller Kugeln, braucht Olli genau eine Wiegung. Der beste Fall ist aber nicht der, den wir verwenden können, um eine Garantie zu geben für die Qualität des Algorithmus. Hier müssen wir ja mal davon ausgehen, dass es möglichst schlecht für uns läuft. Das heißt, wir gucken uns hier den Worst Case an. Wir schauen also hier bei dem Problem, wie viele Wiegungen haben wir denn maximal gebraucht, um nach dem Algorithmus hier die richtige Kugel zu finden. Bei zwei Kugeln hätten wir also nur eine Wiegung gebraucht, bei drei Kugeln zwei und so weiter. Allgemein kann man sagen, dass man bei dem Algorithmus hier für n Kugeln n-1 Wiegungen braucht, um die richtige Kugel zu finden. Schauen wir uns jetzt mal Susis Lösung an. Susi hat sich einen Algorithmus ausgedacht, der ein bisschen umfangreicher ist. Zunächst einmal startet Susi damit, alle Kugeln in zwei gleich große Mengen aufzuteilen. Die Mengen nennen wir hier A und B. Wie die Aufteilung passiert, steht da nochmal in der rechten Seite als Kommentar. Also die Anzahl der Kugeln in der Menge A wird so berechnet, dass die Gesamtzahl aller Kugeln durch zwei geteilt wird und gegebenenfalls abgerundet wird. Dann werden die Kugeln der Menge A gewogen. Und dann wird geschaut, ob das Gewicht, das die Waage anzeigt, ohne Rest durch 10 teilbar ist. Wenn das der Fall ist, dann muss wohl die gesuchte Kugel mit 11 Gramm in der Menge B sein und wir können dann alle Kugeln der Menge A verwerfen. Andernfalls, wenn also die Waage ein Gewicht anzeigt, das nicht ohne Rest durch 10 teilbar ist, heißt das, die gesuchte Kugel ist in der Menge A und wir verwerfen dann alle Kugeln der Menge B. Und dann machen wir weiter. Wir schauen, ob die Anzahl der verbliebenen Kugeln größer als 1 ist. Das heißt, wir haben noch mehrere Kugeln zur Verfügung. Und dann gehen wir wieder nach oben und teilen die verbliebenen Kugeln wieder in zwei gleich große Mengen A und B. Wenn nur noch eine Kugel da ist hier, dann haben wir die Kugel mit 11 Gramm gefunden und können diese ausgeben. So, schauen wir uns jetzt mal an, wie Susis Algorithmus denn in der Praxis funktioniert. Zunächst einmal teilen wir die 20 Kugeln in zwei gleich große Mengen A und B auf, jeweils mit 10 Kugeln. Wir messen alle Kugeln der Menge A und kriegen hier 100 Gramm angezeigt. 100 ist ohne Rest durch 10 teilbar, das heißt, die gesuchte Kugel muss in der Menge B sein. Wir verwerfen alle Kugeln der Menge A. Dann teilen wir die verbliebenen Kugeln wieder in neue Mengen A und B auf, messen wieder alle Kugeln der Menge A und sehen hier, das Ergebnis ist 51 Gramm. 51 ist nicht ohne Rest durch 10 teilbar, das heißt, hier muss also die Kugel mit 11 Gramm liegen. Wir verwerfen alle Kugeln der Menge B. Wir teilen wieder neu auf die Kugeln, messen die Kugeln der Menge A, 20 Gramm, ohne Rest durch 10 teilbar. Diese Kugeln verwerfen wir. Eine neue Aufteilung. Die Kugel, der in der Menge A wiegt 10 Gramm, die können wir verwerfen, ist also nicht die gesuchte. Wir machen eine letzte Aufteilung, wiegen die Kugel in der Menge A, sehen, das ist die Kugel mit 11 Gramm. Wir verwerfen die Kugel aus der Menge B. Und haben dann nur noch eine Kugel und das ist nämlich die gesuchte Kugel mit den 11 Gramm. So, wie gut ist denn jetzt Susis Lösung? Schauen wir uns mal an. Für zwei Kugeln braucht Susi auch genau eine Wiegung, um die richtige Kugel zu finden. Bei drei oder vier Kugeln braucht Susi maximal zwei Wiegungen. Bei fünf bis acht Kugeln braucht Susi maximal drei Wiegungen und so weiter. Allgemein kann man sagen, von zwei hoch n minus eins plus eins Kugeln bis zwei hoch n Kugeln braucht Susi maximal n Wiegungen, um die Kugel mit 11 Gramm zu finden. Jetzt machen wir es ein bisschen einfacher. Wir geben nicht immer den Bereich an, sondern schauen auf die maximale Anzahl der Kugeln. Bei zwei hoch n Kugeln maximal können wir also mit n Wiegungen die richtige Kugel rausfinden. Das Ganze können wir jetzt nochmal umdrehen, um auf der linken Seite, also bei der Anzahl der Kugeln nur noch n stehen zu haben. Bei n Kugeln brauchen wir also Logarithmus n zur Basis zwei Wiegungen, um die richtige Kugel zu finden. Hier ist noch Ziel angegeben. Ziel heißt aufrunden, weil wir eben nur ganze Wiegungen durchführen können. Das ist also die Funktion, die beschreibt, wie häufig wir wiegen müssen, um aus n Kugeln die richtige Kugel zu finden nach Susis Algorithmus. Hier nochmal ein Beispiel. Wir hatten ja gerade 20 Kugeln. Wenn wir 20 einsetzen in diese Funktion, da kommt raus 4,3219. Es gibt halt keine 0,32 Wiegungen und deswegen muss man hier eben aufrunden, um die maximale Anzahl an Wiegungen herauszufinden. So, jetzt haben wir also zwei Algorithmen gesehen von Olli und Susi und jetzt wollen wir wissen, wer hat denn eigentlich hier die bessere Lösung entwickelt. Also, bei n Kugeln braucht Olli n-1 Wiegungen und Susi braucht Logarithmus n zur Basis zwei Wiegungen aufgerundet. So, diese beiden Funktionen beschreiben also den Aufwand des jeweiligen Algorithmus. Um sich das ein bisschen besser klar zu machen, hilft es immer, sich das grafisch zu veranschaulichen. Und hier haben wir die beiden Funktionen über der Anzahl der Kugeln dargestellt. Blau ist Ollis Lösung, orange ist Susis Lösung. Und was man hier sieht ist, dass für die Anzahl zwei oder drei Kugeln Ollis und Susis Lösung noch beide gleich sind. Aber dann, je mehr Kugeln wir haben, Susis Lösung immer besser ist als Ollis Lösung. So, wir haben hier also ein Beispiel gesehen, wo wir ein Problem auf zwei unterschiedliche Weisen, also mit zwei verschiedenen Algorithmen, lösen. Und für jeden Algorithmus konnten wir die sogenannte Zeitkomplexität berechnen und auch angeben. Die Zeitkomplexität wird häufig als Funktion t von n beschrieben und gibt im Grunde an, wie schnell ein Algorithmus ein bestimmtes Problem lösen kann. Und der Funktionswert n ist hier die Anzahl der Übergabeparameter in den Algorithmus. In unserem Beispiel war das eben gerade die Anzahl der Kugeln, aus denen wir eine Kugel mit 11 Gramm herausgesucht haben. So, am Beispiel von Susis Algorithmus war diese Funktion also Logorithmus n zur Basis 2 aufgerundet. Diese nach unten offenen, eckigen Klammern hier sind ein alternatives Symbol, um das Aufrunden als Operator anzugeben. So, für viele Algorithmen kann man aber diese Zeitkomplexität nicht tatsächlich so einfach berechnen, wie wir das jetzt hier an unseren Beispielen hatten. Und kann sie auch nur ganz schwer aus dem Algorithmus selber erstmal ablesen. So, die Situation, die man häufig vorfindet, ist also, dass diese Funktion t von n irgendwie natürlich da ist, aber man kann sie nicht mathematisch beschreiben und sie ist unbekannt. Trotzdem möchte man natürlich auch für diese Algorithmen Garantien angeben bezüglich der Zeitkomplexität. Das heißt, was man jetzt sucht, ist nicht mehr wirklich die Funktion t von n, sondern man sucht in irgendeiner Weise eine obere Abschätzung für diese Funktion t von n, die zum Beispiel so aussehen kann. Und diese Funktion, diese Abschätzung, die nennen wir f von n. Und diese Abschätzung können wir explizit angeben. Für dieses Beispiel wäre also f von n gleich Logarithmus n zur Basis 2. Stellen wir uns vor, das wäre also eine Abschätzung für einen ersten Algorithmus. Vielleicht gibt es da noch einen zweiten Algorithmus, da ist diese Abschätzung etwas anders, da wäre die vielleicht linear, also die Funktion n. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass es noch einen dritten Algorithmus gibt, da wäre die Funktion 2 hoch n. So, wir können diese drei Algorithmen also bewerten nach ihrer Abschätzung für die jeweilige Zeitkomplexität t von n. Das Wichtige ist jetzt hier, dass interessant ist vor allem der Verlauf der jeweiligen Funktion für große n. Wir interessieren uns also dafür, wie stark wächst also die Zeitkomplexität an, wenn wir den Parameter n vergrößern. Hier in dem Beispiel ist es also so, wenn wir das Ganze mal grafisch darstellen und die Funktion einmal f1 bis f3 durchnummerieren, f1 von n läuft ungefähr so, das wäre f2 von n und das wäre f3 von n. Und jetzt sieht man hier, dass für große n die Zeitkomplexität des ersten Algorithmus am besten ist. Also die Zeit, die benötigt wird, um ein Ergebnis zu berechnen mit dem ersten Algorithmus, ist deutlich kleiner als z.B. bei f2. Und f3 kann ich jetzt hier gar nicht mehr einzeichnen, weil es viel, viel größer ist, als das hier dargestellt werden kann. Okay, wir sehen hier also, dass man Algorithmen klassifizieren kann, nämlich nach der Funktion, die eine Abschätzung ist für die Zeitkomplexität und anhand dieser Klassifizierung dann auch bewerten kann. So formal korrekt erfolgt diese Klassifizierung eigentlich unter Verwendung der sogenannten O-Notation, die ich jetzt hier auch nochmal ansprechen werde. So man sagt, eine Funktion t von n ist von der Ordnung O von f von n, ist also eine Menge eigentlich, wenn sie in der folgenden Menge enthalten ist, also statt einer Klasse, beschreiben wir jetzt also eine Menge und die ist wie folgt definiert. So, das ist eine mathematische Definition, die erstmal ziemlich wild aussieht und das müssen wir jetzt zunächst einmal zerlegen, um sozusagen dem Ganzen den Spruch zu nehmen. Also, dieses O von f von n ist also eine Menge, was man dadurch sieht, dass hier Mengenklammern auf und zu gemacht werden. So, innerhalb dieser Mengenklammern wird also beschrieben, welche Elemente in der Menge enthalten sind. Das ist also die Funktion t, die ist eine Abbildung der natürlichen Zahlen wieder auf die natürlichen Zahlen. Das heißt, wir können diese Funktion zeichnen und zu jedem Wert n gehört ein Funktionswert t von n. Dieser Strich bedeutet, dass es eine Bedingung ist, es existiert ein m größer 0 und ein c größer 0. Das sind also Parameter, die wir jetzt noch nicht weiter festlegen, wir verlangen nur, dass sie größer als 0 sind, sodass für alle n größer als m. Das heißt, m ist also eine Schranke, für die wir verlangen, dass also nur die Funktionswerte, die größer als dieses m sind, eine weitere Bedingung erfüllen, nämlich, dass der Betrag von t von n, also der unbekannten Funktion eigentlich, kleiner oder gleich ist einer Funktion f von n, betragsmäßig, multipliziert nochmal mit einem konstanten Faktor c, von dem wir verlangen ja, wie zuvor dargestellt, dass der größer als 0 ist. So, jetzt haben wir die einzelnen Elemente dieser Gleichung verstanden, aber was bedeutet das eigentlich tatsächlich? Nehmen wir an, wir haben eine lineare Funktion hier, also eine Gerade, f von n gleich n. Wenn es jetzt eine Funktion t von n gibt, die für ein bestimmtes m kleiner ist als diese blaue Gerade, dann gehört sie zur Menge der Funktionen o von f von n gleich n. Also, die Funktion müsste dann also, um diese Bedingung zu erfüllen, so aussehen. Das heißt, alles, was links von dem m passiert, ist eigentlich erstmal egal. Wichtig ist jetzt nur, dass die Funktion hier für n größer gleich m immer unter der blauen Kurve ist. Und dann ist nämlich die blaue Kurve eine Abschätzung für diese Funktion t von n. Dann sagt man, dass t von n von der Ordnung n ist, also mindestens lineares Wachstum hat oder aber auch besser. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Das hier soll Logarithmus n zur Basis 2 sein. Wenn wir jetzt eine Funktion haben, t von n, die also für ein bestimmtes m, von mir aus hier, immer kleiner ist als diese Funktion, dann hat sie eben logarithmische Zeitkomplexität. Also müsste die Funktion zum Beispiel einen solchen Verlauf haben. Dann wäre das m tatsächlich sogar ein bisschen früher, nämlich hier. Und dann wäre die Funktion t von n immer kleiner als Logarithmus n zur Basis 2. Wenn aber die Funktion nicht so verläuft, sondern so verläuft und stetig weiter wächst, dann hat sie nicht mehr logarithmische Komplexität. Und dann kann man eben nicht sagen, dass sie von der Ordnung ist, Logarithmus n zur Basis 2. So, was fängt man, um das jetzt abschließend zu klären, an mit diesen Informationen der Ordnungen? Ein Algorithmus hat also eine Zeitkomplexität, die wird beschrieben durch t von n. Und auch wenn man dieses t von n nicht explizit angeben kann, kann man aber sagen, diese Zeitkomplexität ist von einer bestimmten Ordnung. So, und damit kann man also den Algorithmus klassifizieren. Wenn wir also einen Algorithmus haben, bei dem die Zeitkomplexität ist Logarithmus von n, dann ist das ein Algorithmus, der sehr effizient ist. Wenn wir einen Algorithmus haben mit einer Zeitkomplexität von der Ordnung n, dann haben wir hier lineare Komplexität. Das ist okay, aber nicht sehr gut. Haben wir einen Algorithmus mit einer Zeitkomplexität von der Ordnung n², dann sagt man, der Algorithmus hat polynomiale Komplexität. Hier könnte man sagen, eine recheneffiziente Implementierung ist hier nicht mehr möglich. Das kann man noch weiter treiben. Man könnte sagen, es gibt einen Algorithmus mit der Zeitkomplexität von der Ordnung z.B. 2 hoch n. Und das ist exponentielle Komplexität. Das lohnt sich im Grunde gar nicht mehr, dann Algorithmus zu implementieren, weil das Ganze für große n sowieso nicht lösbar ist. So, und wenn wir nochmal zurückkommen auf unser Beispiel, das wir anfangs hatten in diesem Video, bei dem Suchen einer Kugel aus 20 verschiedenen Kugeln, nämlich die Kugel, die das Gewicht von 11 Gramm hat. Da hatte Susi also einen Algorithmus entwickelt, der diese Komplexität hat. Und Olli hatte einen Algorithmus entwickelt, der lineare Komplexität hat. Und jetzt kann man auch mathematisch nachweisen, dass Susi also einen besseren Algorithmus entwickelt hat als Olli.